Ich zeige dir heute die wichtigsten Frequenzbereiche, auf die du unbedingt achten solltest, wenn du Vocals abnischst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal Ernst du Musikproduktion in Logic Pro. Wahrscheinlich hast du auch schon mal Frequenz-Tabellen gesehen, in denen die Bereiche in Low End, Tiefmitten, Hochmitten, Präsenzbereich, Höhenbereich, Airbereich und so weiter eingeteilt sind und in denen erklärt wird, welche charakteristischen Klangeigenschaften diese Frequenzbereiche haben. Und auch wenn solche Tabellen sehr hilfreich beim Equalizer einstellen sein können, möchte ich dir heute einen wesentlich intuitiveren Ansatz zeigen, der sich für mich als sehr hilfreich herausgestellt hat, wenn es ums Vocal abmischen geht. Ich zeige dir das gleich live und direkt an meiner eigenen Stimme, die ich über dieses Neumann TLM107 aufnehme. Bevor es jetzt aber gleich losgeht, möchte ich dich nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass das, was ich jetzt gleich zeige, lediglich Beispiele dafür sind, wie sich Frequenzanhebungen oder Absenkungen auf eine Stimme auswirken können. Ich sage also nicht, dass du immer genau diese EQ-Bearbeitungen machen musst, da jede Stimme individuell ist. Vertrau beim Mixing also immer als erstes auf deine Ohren und nicht auf das, was irgendein YouTuber dir erzählt. Jetzt geht's los. Fangen wir an mit der ersten Frequenz, die ich wichtig finde und das sind 100 Hertz. Hier spreche ich von voller, satter Wärme. Wenn ich also hier anhebe, dann hörst du schon, dass hier dieser sonore, warme Anteil meiner Stimme hervorgehoben wird und wenn ich ihn absenke, fehlt dieses angenehme Low End. Und gleichzeitig entsteht auch so ein bisschen der Eindruck, als wenn die Hoch-, Mitten- oder der Präsenzbereich ein bisschen angehoben wird, weil diese ganzen Frequenzbereiche auch in Beziehung miteinander stehen. Insbesondere im Zusammenhang mit dem Nahbesprechungseffekt sind auch diese 100 Hertz hier besonders spannend. Wenn ich also hier anhebe und gleichzeitig hier näher an das Mikrofon gehe und auch meine Stimme etwas tiefer mache, dann hast du diesen Radiomoderatoren-Effekt, den viele als sehr, sehr angenehm empfinden. Wir gehen weiter zu den 200 Hertz und auch hier würde ich noch von Wärme sprechen, insbesondere bei höheren Männernstimmen und bei tieferen Frauenstimmen. Wenn ich jetzt also hier anhebe, dann klingt die Stimme voller und durchsetzungskräftiger im Low End und wenn ich sie absenke, dann klingt die ganze Sache etwas hohl, ein bisschen saft- und kraftlos. Auch hier ist mir wieder wichtig zu sagen, es kommt natürlich immer sehr, sehr individuell auf die Stimme an. Es ist keine allgemeingültige Regel, aber bei hohen Männerstimmen, bei etwas tieferen Frauenstimmen liegst du hier bei 200 Hertz meistens ganz gut. Weiter geht es zwischen 300 und 500 Hertz. Hier ist meistens der Raumsound zu Hause und wenn ein Mix oder eine Stimme hier zu viele Anteile hat, sprechen viele davon, dass es unangenehm dröhnend oder dumpf klingt. Wenn ich das jetzt hier absenke, ist das meistens so, dass die Stimme dann gleich klarer und angenehmer klingt und wenn du hier absenkst, entsteht auch der Eindruck, als würdest du im Präsenzbereich ein bisschen was anheben. Also meistens mache ich hier in diesem Bereich bei Stimmen nichts, sondern lasse es einfach so. In den seltensten Fällen kann es aber mal sein, dass ich hier ein bisschen was rausziehe, um die Stimme einfach ein bisschen klarer zu präsentieren. Wir machen weiter im Bereich zwischen 600 und 1 Kilohertz. Hier haben die meisten Stimmen jetzt nichts wirklich Charakteristisches oder Individuelles, aber bei manchen Stimmen kannst du hier ein bisschen mehr Body rausholen, also ein bisschen mehr Fülle, ein bisschen mehr Power und wenn du zu viel in diesem Bereich absenkst, klingt es hier auch ein bisschen kraftlos. Es ist aber meistens so, dass ich in diesem Bereich hier nichts mache, sondern mir das einfach nur mal kurz anschaue und teilweise eher ein bisschen anhebe. Der nächste Bereich ist für mich, wenn es ums Gesang abmischen geht, wirklich extrem wichtig und ist hier zwischen 1,5 und ich würde mal sagen 3,5 Kilohertz zu Hause. Hier findest du die Präsenz und die Durchsetzungskraft von den meisten Stimmen. Wenn du jetzt also hier in diesem Bereich anhebst, hörst du sofort, dass die Stimme ein bisschen mehr nach vorne kommt. Bei meiner Stimme jetzt sind das ungefähr die 3 Kilohertz und du hörst, wenn ich die jetzt stark anhebe, bekommst du den Eindruck, als würde ich näher zu dir herkommen. Das ist dieser Präsenzbereich jetzt in meiner Stimme hier bei ziemlich genau 3 Kilohertz. Du kannst also hier in diesem Bereich die Sängerin oder den Sänger im Mix tatsächlich näher an den Zuhörer ranhücken und wenn hier in diesem Bereich was fehlt, wenn eine Stimme hier zu wenig Anteile hat, dann hast du oft das Phänomen, dass der Gesang im Mix absäuft, so nenne ich das mal. Dass er also zu leise ist, dass du nicht mehr richtig verstehen kannst, was der Sänger singt und dass sich die Stimme mit anderen Elementen im Mix, also Gitarren oder anderen Instrumenten, um die Aufmerksamkeit streitet. Das ist ganz schlecht. Du musst aber aufpassen mit solchen Anhebungen in diesem Bereich. Wenn du jetzt gerade, wenn wir mehr in Richtung 4 Kilohertz gehen, zu stark anhebst, dann kann die Stimme unangenehm nasal klingen. Ein bisschen unangenehm penetrant, würde ich fast sagen, wenn wir jetzt hier in diesem Bereich sind. Deswegen kann es tatsächlich auch sein, dass du in diesem Bereich jetzt hier einfach gar nichts machen musst, wenn die Aufnahme gut ist, wenn der Recording Engineer ein gutes Mikrofon ausgewählt hat. Kann es tatsächlich sein, und das passiert mir auch oft, insbesondere bei guten oder professionellen Aufnahmen, dass du in diesem Bereich jetzt hier gar nichts mehr machen musst. Ebenso wichtig ist der Bereich zwischen 4 Kilohertz und 6 Kilohertz, denn hier kannst du die Sprachverständlichkeit anheben. Und im Bereich um 4 Kilohertz haben die meisten Menschen oder das menschliche Gehör auch die beste Aufnahmefähigkeit. Das heißt, auf diesen Bereich legen wir oder legt das menschliche Ohr sehr, sehr viel Wert, weil es hier um die Sprachverständlichkeit liegt. Also wenn ich jetzt hier anhebe, ist es ein bisschen anders als im Präsenzbereich, dass ich jetzt nicht hier vorkomme. Aber du hast das Gefühl tatsächlich ein bisschen, dass ich klarer spreche, dass es sauberer klingt, dass die Sprachverständlichkeit hervorgehoben wird. Im Gegensatz, wenn ich hier absenke, klingt es auch wieder so ein bisschen dumpf und verschwindet so ein bisschen, oder wie wenn der Sprecher sich so ein bisschen verstecken wollte oder in einem anderen Raum wäre. Also auch hier ein sehr, sehr wichtiger Bereich für die Sprachverständlichkeit. Wenn du zum Beispiel jetzt die Worte eines Sängers, der zum Beispiel auch ein bisschen nuschelt oder komische S-Laute hat, wenn du das nicht richtig verstehst, kannst du versuchen, hier ein bisschen anzuheben, um ihn ein bisschen nach vorne zu holen. Im Bereich zwischen 6 und 10 Kilohertz sind in fast allen Stimmen die S-, T- und Plosivlaute zu Hause. Also wenn ich jetzt hier extrem anhebe, ich hoffe, es ist nicht zu unangenehm, dann hast du diese Zischlaute. Also auch Hi-Hats und so sind hier zu Hause. Hier musst du aufpassen, wenn du jetzt eine Hi-Hat hast, zum Beispiel die zu schwach auf der Brust ist oder wenn die Stimme auch ein bisschen dumpf klingt, kannst du hier anheben. Aber wenn du zu viel des Guten machst, wird es sehr, sehr schnell sehr unangenehm und es klingt sehr, sehr zischend und penetrant auch hier wieder in diesem Bereich. Wenn du hingegen hier absenkst, kann es auch wieder sein, dass die ganze Sache ein bisschen zu dumpf oder zu hohl klingt, gerade in diesem Bereich und vor allem auch, dass die Stimme hier, du hörst es jetzt auch schon bei meiner Stimme, dass sie sehr, sehr unnatürlich klingt. Wenn ein Sänger sehr, sehr starke S-Laute hat, kannst du tatsächlich versuchen, hier im Bereich zwischen 6 und 10 K einfach auch mit einem D-Esser abzusenken und genau diese S-Frequenz zu suchen, die dich im Mix stört. Im Top-End-Bereich zwischen 8 und 16 Kilohertz ist der R-Bereich, sagen die Amis, also der luftige Bereich und hier hebe ich ganz gerne Gesamtmixe an, um ihnen nochmal so ein bisschen den Pop-Glitzer drüber zu streuen. Das hörst du jetzt hier an der Stimme vielleicht nicht so gut, aber meistens ist es auch so, und das ist ein bisschen gefährlich, wenn du hier in diesem Bereich anhebst, dass ein Gesamtmix oder teilweise auch eine Stimme, gerade bei Frauenstimmen, dass die sofort besser klingen. Und das kann so ein bisschen süchtig machen hier, dieser Bereich, dieser luftige Bereich, weil es einfach schön hauchig klingt, ja, und weil gerade bei Balladen oder bei so Female-Ballads, also bei Frauenballaden, wenn sie so haucht, dass es sehr, sehr schön und sehr angenehm klingt, erst mal, wenn du das Solo abhörst. Aber im Gesamtmix neigen vor allem Amateure dazu, das extrem zu übertreiben und dann klingt es wirklich unangenehm für das Ohr. Und wenn du das absenkst und zu wenig davon hast, klingt die ganze Sache auch eher so und wieder ein bisschen dumpf und unangenehm. Also den Höhenbereich für den Gesamtmix gerne anheben, vielleicht 1,5 bis 2 dB und auch bei Stimmen, nicht nur Frauenstimmen, auch höhere Männerstimmen, können hier schön hauchig und schön luftig klingen. Allerdings in diesem Bereich auch nie übertreiben, sonst klingt es einfach nicht mehr gut. Was du bei dieser Sache allerdings auch nie vergessen darfst, ist die gute alte Daumenregel. Je besser die Aufnahme, desto einfacher das Mixing. Und falls du da beim Recording noch unsicher bist, nicht genau weißt, welches Mikrofon soll ich benutzen oder was ist die perfekte Signalkette zum Abmischen, dann empfehle ich dir mein PDF in 7 Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterlagen. Da zeige ich dir mein Recording-System, in dem ich wirklich sicherstelle, dass ich hochwertige Aufnahmen bekomme. Ich hoffe jetzt, dass dir diese Beispiele weitergeholfen haben und dass du vielleicht mal versuchst, diesen Ansatz auch in deinem nächsten Mix anzuwenden. Ansonsten interessiert mich natürlich noch brennend, wie du deine Vocals bearbeitest, weil es eben bei der Musikproduktion so wichtig ist. Also welchen Equalizer benutzt du, welchen Kompressor benutzt du am liebsten? Schreib mir das mal bitte gerne unten in die Kommentare, vielleicht kann ich auch noch was lernen. Ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann! Wir sehen uns beim nächsten Mal.